Kinder wachsen so schnell in diesem Alter, dass man eine Umgebung braucht, die mitwächst. Die Möbel von Community Playthings sind total flexibel. Zu Beginn des Jahres können sie den Raum für Babys einrichten. Und bis zum Ende des Jahres hat er sich in eine Spielwelt für Kleinkinder verwandelt. Wenn sie größer werden, passen wir den Raum mit denselben Möbeln an die Bedürfnisse der Kinder an. Tische werden höher und Spielmöbel lassen sich für größere Kinder aufstapeln. Auch die Raumteilung ist flexibel. Zum Beispiel kann ein Spielbereich vergrößert werden, wenn die Kinder aktiver werden und mehr Platz brauchen. Wie das geht? Man braucht überhaupt kein Werkzeug und man muss auch nicht den Hausmeister rufen. Jede Fachkraft kann das selbst machen. Die Pfosten herausziehen Die Rollen ausklappen Und so kann man Regale auch voll beladen bewegen. Das schont den Rücken. Und es macht die Reinigung einfacher. Ändern Sie die Winkel der Raumteiler, um ihre Raumgestaltung immer optimal anzupassen. Die Flexibilität dieser Möbel ermöglicht der Fachkraft, schnell und einfach auf neue Situationen einzugehen. Die Blöden Untertitelung des ZDF, 2020